Papa, schluss! Es wird nicht mehr lange dauern, Azrael. Es wird nicht mehr lange dauern. Es dauert nicht mehr lange! Wenn Handy meine Hilfe angenommen hätte, wäre dieses Projekt, was immer es sein mag, viel früher, um Tage früher fertig gewesen. Aber oh nein, er hat meine Großzügigkeit abgelehnt. Und hier stehen wir nun, mitten in der Nacht. Lalalala, blablabla, blablabla. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Und einen für den Gewinner. Oh, Tauti, ich bin ja so gespannt, wer es ist. Alle Schlimpfe sagen, Handy wird sein. Und ich bin auch ziemlich sicher. Was machst du denn? Jetzt sind schon nicht mehr genug für alle da. Och, das macht nichts. Mufi zum Beispiel hasst Pudding. Das sagt er nur so. Oh, der Sieger wird jetzt bekannt gegeben. Beeil dich! Ich komme. Wir wollen Handy! Wir wollen Handy! Wir wollen Handy! Wir wollen Handy! Oh! Aha! Die Sache ist wohl klar. Hiermit erkläre ich Schlumpf Handy zum Sieger. Feuerhilfe, Papa Schlumpf! Die Küche brennt. Los, Handy. Wie funktioniert das Ding? Wir müssen sie zum Brunnen schieben. Beeil dich mit der Maschine! So ist es gut. Weiter pumpen! Wasser! Was ist los? Ich weiß nicht. Sie ist leer. Der Brunnen ist auch leer. Das kann doch nicht sein. Wir müssen die Maschine zum Fluss runterbringen. Ralle mal ran, Tempo! Oh, meine wunderschönen Puddings! Weimlich, Torti. Du wirst eben neue machen müssen. Das ist doch nicht möglich. Der Fluss ist ausgetrocknet. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß was. Lasst uns die Pumpe bis zum Damm rollen. Gute Idee, Schlumpfine. Also los! Der Fluss ist leer. Der Fluss ist leer. Für die Schlümpfe gibt's kein Wasser mehr. Der Fluss ist leer. Der Fluss ist leer. Und nehmen die Schlümpfe das Wasser her. Hey! Hau! Hau! Warum in aller Welt dauert das denn so lange? Der Fluss ist leer. Der Fluss ist leer. Für die Schlümpfe gibt's kein Wasser mehr. Das langt ja kaum für eine Ladung. Es muss genügen. Beilt euch! Also irgendwas scheint hier doch faul zu sein. Wieso ist denn kein Wasser im Fluss? Es klappt, Israel. Es funktioniert. Bald werden diese jämmerlichen kleinen blauen Wichte hier raufkommen, und erkunden, warum der Fluss Torken ist. Und wenn ich Papa Schlumpf richtig einschätze, wird er die ganze Truppe anführen. Ich verstehe das hier überhaupt nicht. Es muss doch eine logische Erklärung dafür geben. Vielleicht ein Erdrutsch? Der Fluss ist leer. Der Fluss ist leer. Die Schlümpfe haben kein Wasser mehr. Gargamel! Warum sind Sie bloß noch nicht zurück? Vielleicht hatten Sie einen Unfall. Na endlich! Da kommen Sie ja! Hurra! Los! Hurra! Sieh ab! Das also ist des Rätsels Lösung. Oh nein! Wir haben fast kein Wasser mehr. Ach, das ist alles deine Schuld, du verfluchter Karpel! Du verfluchter Karpel! Ja! Schlumpf! Klumpf Handy, deine Maschine ist ein großer Erfolg und es ist mir ein Vergnügen, dich zum Kapitän der ersten Feuer-Stumpfbrigade zu ernennen. Hurra! Hurra! Und außerdem, nicht nur Handy wird einen extra Pudding einen Monat lang bekommen, sondern ihr alle. Hurra! 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 Ich hab... diesmal sag ich's nicht. ProSieben präsentiert. Die Schlümpfe kommen in die Stadt. Für das einzige Schlumpfmusical der Welt gibt es pro Stadt 50 Eintrittskarten zu gewinnen. Und wir verlosen drei Schlumpfgeländewagen von Suzuki. Mitmachen lohnt sich. Es ist ganz einfach. Wie heißt das Dorf, aus dem die Schlümpfe kommen? Wenn du's weißt, ruf an. 01805 33 55 66 oder schreib uns die Lösung. Infos dazu im ProSieben-Text und im Internet.